Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Komm jetzt, Selena Gomez. Oh, ich erinnere mich an diesen Ort. Ah, ich bin gerade an einem Scheißort. Ach, natürlich, wir können per See dorthin. Ach, oder weißt du was? Wir machen einfach so. Haben wir schon mal gar keine Probleme mehr. Ah, doch haben wir. Nichts geht ohne Probleme. Scheinbar in dem Spiel. Boah, ey. Sei mal nicht behindert. Ach, nee. Warte, das sind gar nicht Gegner. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nice. Ah, warte, 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 warte. der nicht mehr. Die, die in hier auch? Oh, ich wollte keinen Kamm. Oh, du stirbst doch jetzt einfach. Ich geb dich mit deinem Schicksal ab. Oh, du stirbst doch jetzt einfach. Danke, dass es diesen Ort hier gab. Das hätte ich ohne den nur getan. Boah, jetzt krieg ich auch gleich das Kotzen. Und das sage ich irgendwie sehr oft bei dem Spiel. Ja, was soll ich jetzt tun? Was ist das denn für ein Schrott jetzt? Ah, ich bin... Okay. Ich bin dumm. Ich weiß genau, was die wollen. Dafür gibt es die Wasserflecken. Junge, okay. Okay. Stop! Alter, hör auf mich zu unterbrechen, Mann. Abwording that? Hey, Cloud? Yeah. These guys in Sephiroth are related somehow. Like, connected on some really weird, deep level. Right? Seems so. Seems so? I don't have proof, just a hunch. But the more I see, the more I know I'm right. Just one more reason why we gotta put a stop to that crazy bastard. Oh, uh, I didn't mean to startle you. I simply wanted to inform you that I've located more roped individuals. Copy. Send us the coordinates. Of course! Right away! Okay. 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 Here we go. Okay. jetzt mal ehrlich ja noch einen todeswunsch oh jetzt machen sie wieder den scheiß ja 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 Was ist das? Hey! Ah ha ha! Hey! Hey! Was können seine Experimenten machen in einem Ort wie dieser? Unless... Nein! Oh! Well now... This I did not expect. My precious specimens. And you... Chatley. Model number... CDA-6, was it? Or... Seven, perhaps? One, two, three, four, five, six... Aha! Yes! Lucky number seven. You and your brothers are just full of surprises, aren't you? Oh! Oh, ha 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 ha! Don't be shy now. Open up and let me see what makes you tick. There's a good boy. What is it? Nothing. I'm fine. Look! It seems our road friends are on the move again. You'd best follow closely behind. I would hate for any of them to run afoul of one of Hojo's experiments. Please, keep them from Kwan. What? 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 Das war's für heute. 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 Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Das war's für heute. 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 Der 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 uns ganz morgens geholfen hat. No. He's a former Jedi. He calls to me. I must answer. Sie ... Sie haben ... Sie verabschieden. Es ist Zeit ... Sie ... Sie ... Du denkst, dass er auch eine Behandlung in Ebelheim bekommen hat? Du bist gut? Komm! Ich habe eine andere Behandlung von diesen Personen gefunden. Die größte, die noch nicht? Es scheint, dass sie für die Flasche gehen. Du denkst, dass du dich für mich bestätigen kannst? Wir machen. Es ist Zeit. Zeit, dass wir es ausprobieren. ok gut machen wir das aber im nächsten part und wenn dann endlich unsere ganzen protosubstanz sachen ja und dann wird wahrscheinlich wieder mit der hauptkurs weitergehen also mit den restlichen parts die dann noch online kommen wieder täglich weil das ist jetzt alles jede zwei oder eine stunde ich weiß gar nicht wie ich die hochlade ich glaube jede zwei stunden damit einfach das noch vor der part also die hauptfolge dann noch kommt das ist was ich noch so schnell wie möglich abschließend kann auch sein dass ein paar folgen natürlich nachts kommen die könnt ihr euch dann aber natürlich am tag dann anschauen das gar kein ding ja aber auf jeden fall dann bis dann und ciao